Was geht meine Freunde? Willkommen zu dem Feiertagpart von Don't Starve Together To One, Dein Drachenlord. Das geht Drachenlord, das geht. Und damit herzlich willkommen zu Don't Starve Together und der Drachenlord. Der ist aber wirklich friedlich, der greift mich grad nicht an. Junge, was hast du für ein Bart? Sammeln ja auch ein bisschen was zu Nahrung und so weiter, müssen wir echt dran denken, ne? Im letzten Part hatten wir zwar richtig, wir hatten sehr weiten Fortschritt, aber was hatten wir vergessen, Feier? Eat. So, wir brauchen Kohle. Lass uns mal was suchen, lass uns mal Charcoal suchen. Das ist Kohle. Lass uns erstmal suchen, so was schwarzes. So ein schwarzer Stein oder sowas, Feier. Ja, ich hol mir kurz hier Leaves. Gras. Ja, ich kann Gras essen. Warum kannst du Gras essen? Ah, hier sind Beeren. So, du hast es hoffe ich mal schon... Ja, ich hab Gras gegessen. Du hast hoffentlich schon... Eine Apple Flower. Eine Fackel. Ne, noch nicht. Ja, mach mal eine. Nur einer von uns beiden braucht die jetzt erstmal. So, Evil Flower. Ich hab mir, kann mir schon mal ne Axt machen. Ich mach mir mal eine. Ja okay, ich hab ich schon ziemlich viel gesammelt. Neun Stücke hab ich jetzt. schon zehn jetzt fast. Ah, hier Karotte. Und neun Gras. Gras. Was wir brauchen ist auf jeden Fall... Ich kann mir einen Strohhut machen. Wie cool. Brauch ich aber nicht. So komm, Feier. Wir suchen uns erstmal was. Komm, was brauch ich für das Ding. So ne Fackel hab ich schon mal gemacht. Ah, hier sind Beeren wieder. Nimm ich mir. Hier sind voll viele. Leute. Eine Riesentrutan. Eine Riesentrutan vor allem. Eine Riesentrutan, ne. Das war so ein Spinnviech. So ein Feier. Ich hab voll Angst vor Spinnen. Ja komm halt. Feier. Ich bin auch hier. So erstmal... Guck mal ich hab schon sieben Beeren oder so. Charly Charly. Charly Charly. Charly Charly. Are you here? Are you here? Are you here? But Charly. 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 Feier. Das ist mein Bosch. Genau wie das. Yeah. Ich kann mir noch eine Fackel machen. Junge. Alter wie viel. Stöck ich einfach ab. Das ist viel zu krass. Poing. Komm jetzt. Ja ich komm noch. Poing. Poing. So wir brauchen jetzt noch. Feier wir brauchen auf jeden Fall. Poing. Ne wir brauchen auf jeden Fall. Charcoal oder sowas ne. Guck mal hier hier ist so ein Weg. Poing. Poing. Geh mal den Weg entlang. Ist das dein Weg? Sag mal mal die ganzen Sachen am Verzock. Nach Emskirchen geht's. Haha. Guck mal da ist voll viel zum Fressen. Geh. Geh. Was. Was. Was gemacht. Mal kann es mit dem Baukopf. Wo sind wir hier? Wir sind einbühig. Nein. Hier. Ich werde noch nicht. Es wird gleich. Ja als ob man es dauert noch. Ich hab schon 20 Grasdinger. was sagst du dazu da ist scheiße geil lassen wir uns scheiße einsammeln sammeln die scheiße ein soll ich dir mal scheißen nein lass die scheißen die sollen mal scheißen scheißen lass dir mal ein richtigen Bäuerchen Kacka machen was sagst du dazu Kacka machen, dass wir was zu essen haben schönes Feuil Kackvogelvieh ja komm hoch die Kacken nicht noch mal Feuil komm, schnell, Fuckel It's fine, I'm fine, I'll help you bist du behindert? haha, ich hab so ein bisschen nicht gewohnt du scheiß fett, sag man da ist jemand ach, der ist geschissen, geil Junge, heb die scheiße nicht aufgeführt gib die scheiße hier scheißen komm lass ihn mal angreifen lass ihn doch mal, du fett, sag man wir brauchen seine scheiße noch haha, genau wartet schon sag mal, jetzt erst mal suche wir brauchen solche Viecher komm komm kann ich dich nicht irgendwie anzünden oder so hier ist jemand jawohl, hat er geschissen jawohl wow, wow ich hab mich gleich angegriffen klar ja ich hab nichts gemacht ich hab nichts gemacht ich hab nichts gemacht, what the fuck was hier ist voll haha tut man die Frage ist in der Arsch komm, verpiss ich wir sind so am Arsch wie Stan Arsch Junge, lass es jetzt, du Mistgeburt, verpiss dich Junge, er hatte keine Hobbys, man haha Junge, der stirbt nicht Junge, Alter der ist auch scheiße lass den da, warte, bleib stehen ich greif den an Leute, scheiße, der ist doch ein alter fuck ja lass mal die scheiße aufheben oh 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 ha ha komm wir sind bitte retten weg oh mein Gott greif die an ich geb erstmal die ganze Scheiße hier auf scheißen Junge, Alter wie viele, komm wieder auf warte, ich 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 nehm jetzt erstmal sauf die scheiße mit komm feuer hau ab sie greifen ja da und an scheiße haha Junge, wir müssen einfach nur in ein anderes Gebiet rein fuck man, die treffen dich, ne komm die gehen nicht, Alter die kommen, können nicht überall hin sonst sterben die da aus fuck, Alter ha Junge, die sind immer noch hinter mir ne, die gehen schon, die gehen schon weg, die gehen schon weg ich was für du ne ha 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 Junge, der ist voll angepüßt. Okay, wir haben gar keine Torch, ne, so richtig. Feuerfahrzeug, ich hab ne Idee. Hier liegt meine Axt. Ich brauch ein Telltale-Hard. Hier liegt noch meine Axt, nimm die mit. Nein, ich hol mir jetzt mal was ziemlich wichtiges. Und da greife ich jetzt ne Spinne an. Wo war die nochmal? Komm mit. Ich wiederbelebe dich mal wieder. Wie willst du mich wiederbeleben? Das geht, Feuer, das geht. Ich brauch nur ein Spider-Gland. Nimm die ganze Scheiße, jetzt noch mehr. Wofür nimmst du eigentlich die ganze Kacke mit? Wenn man die Kacke braucht für so Basic-Food. Da, da ist die Spinne. Fuck you. Ich kann dich, Junge. Ich mach dir jetzt ein Telltale-Hard. Bitteschön, Feuer. So, Feuer. Ja! Nimm das mal mit, das Monster-Meat. Oh, lecker, hab ich was zu fressen. Ey, aber dafür hab ich mein, meine Herzen fast wieder. Nimm die Kacke mit. Ich hab genug. So, Feuer. Hier brauchst du meine Sachen, die hast du ja jetzt. Ist doch egal. Sammle, Alter, hörst du mal was, du Spaßst. Mach dir schon mal eine Pick-Axt. Sofort. Ich suche jetzt, was soll ich suchen? Ich brauch. Ich brauch ja Flint. Und, äh, Stöcke. Hier, kannst du Flint haben. Warte. Gib dir Flint hier. Und ein paar Stöcke brauch ich jetzt noch. Ey, hier nimm die ganzen, Alter. 23 Stück, bitteschön. Mach Spaß damit. Pick-Axt. So, hab ich mir jetzt eine Axt und eine Pick-Axt. Und jetzt mach ich mir noch Torch. Ja, komm mit. Warte, ich mach mir jetzt noch Torch. Wir brauch auf jeden Fall jetzt. So, Brudi. So, jetzt, äh, hab ich das, was ich brauche eigentlich. Ah, meine Axt, hi. Was will denn der? Das ist meine Axt noch. Okay, komm mit. Du musst das jetzt hier kaputt machen. Ja, mach halt. Ja, meine Axt. Nein. Ich hab meine Briege. Nuggets. Like Nuggets. Willst du die haben? So, was brauch ich dafür alles? Vier Steine. Ich brauch vier Steine. und ein Goldnugget. Das heißt, wir müssen sowas wie die Ding finden. Komm, voll hin. Nein, nicht das kaputt machen, komm, oder? Wir brauchen eine Goldmine. Wenn du eine Goldmine findest, dann macht sie einfach kaputt. Der wird schon fast 30 Gras. Ich nehm mal mehr Gras mit, vor allem, das kannst du alles essen. Das kannst du nicht essen. Das kannst du nicht essen. Ich nehm alles an Gras mit. Das kannst du nicht essen. Doch, guck doch, pass auf. Ich nehm jetzt Gras und friss das, pass auf. Das sieht man nicht. Ach, der füllt da was unten auf das Grüne. Okay, wir brauchen Gold. Gold, gold, gold. Was, wenn ich wieder sterbe, dann musst du wieder eine Spinne töten. Das ist nur eine Scheißspinne, aber was, juckt die mich. Dann stirbst du. Okay, langsam. Tor schon machen. Jungs, was ist das? Wir müssen hier nach links oder so. Das ist nur auf dem Ort. Wie soll man denn lang? Wir brauchen, wie gesagt, hier so eine Goldmine. Vielleicht bin mal so ein bisschen auf dem Weg. Wir wollen noch andere Game Modis testen, weil es gibt ja vier Stück. Einmal die ersten Cooperative, glaube ich, schon mal gemacht. Aber so schon haben wir noch nie gemacht, glaube ich. So, was machen wir jetzt? Okay, weglegen, schnell. So, wir müssen ja jetzt hier raus. Warte, ich gucke mal auf die Map. Wir sind am Arsch der Welt, Digga. Wir müssen ganz nach rechts gehen. Und dann, müssen wir runter. Komm, boing. Boing. Das ist ja voll die Kack-Map grad. Manu, geil. Noch mehr Scheiße. Guck mal auf die Karte und siehst du, wo wir ungefähr hin müssen. Ja, weiß ich doch, du Gorgelheimer. Ja, mach doch. Ja, fang. Mach halt. Ja, mach doch. Komm, manu. Ich habe jetzt schon 20 Stück davon. Die Berries werden ein bisschen schlecht. So, fress dich doch. Ja, fang. Ich kann dich doch nicht fangen. Ja, warte, hier ist doch irgendwas. Das sieht aus, als ob da Charcoal wachsen. Da ist so ein Red Mushroom. Na, komm. Da ist nix. Oh, boing. Ja, jetzt wollen wir eigentlich nur, wirklich, fire. Bär, 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 bär. Die wollte ich haben, so Arschloch. Das ist doch Rain. Ich muss auch überleben, das ist mein Busch. Wenn du was zu essen willst, dann gebe ich dir was zu essen, man. Du Fetzer. Wenn du fressest, ist alles Moins. So, stimmt. Wir suchen ja gerade so nach... Was ist das denn? Ei-Bone. Flumpty! Oh! Flumpty! Oh, ich liebe dich, Mann. Miet, mach alles Essen da rein. Hier, ein bisschen Gras, Brudi. Oh, fuck. 16 Stückis. Junge, was tust du da alles für Schwachsinn rein? Das macht keinen Blödsinn, Mann. Flumpty! Ja, lass mich jetzt mal rein. Du hast nur die Sachen reingetan. Na gut. Ich wollte noch Gras reinmachen, pass auf. Flumpty! Das Gras kann man nicht essen, Mann, du Fettsack. Röpige, schädlich, kannst du essen. Du bist auch fett, Mann, du kannst alles essen. Röpig, kannst du essen. So, komm. Unig! Schönes! Öl! Mal, scheiß Dreh, Schoche. Ey, es sieht gut aus, hier. Geh nicht vergraben, scheiß Dreh. Nein! Flandi! Wobei, hier, komm, komm, komm Wo ist Flanti? Ein Wurmloch Komm, mach das kaputt hier Dann gehen wir auch wieder zurück Goldnugget gibst du mir So, hier, warte, chill Wir können hier unser Ding bauen Hier ist es doch am chilligsten irgendwie Wobei, ich baue die Science Machine Die kommen mit, wir bauen die woanders Dann ein Wurmhole Geh wieder zurück Dreck Frosch, scheiße, Flanti Ich werde sterben, Flanti Fuck, Mann, was ist das denn für ein Warte, fuck, was ist das denn für ein Bastard-Map Reads Ich hab Angst Alter, wo sind wir hier? Boah, Joker Hier kommt Flanti Oh, wir haben Flanti wieder Da, hier geht's Oh, oh Hier Dein Ernst Nein Was wird das Flanti? Nein, Flanti Alter, warte, fuck, Mann, was ist das denn? Ist das euer Ernst-Entwickler, das ist auch so schön gestellt? Nein, Flanti, Flanti Oh, oh Scheiße, Dreck, Spinner verpasst euch Oh Jun, sie haben Flanti getötet Alter, was ist denn das? Ist es auf so schön gestellt, Mann, ihr Jungs Oh mein Gott, sie haben Flanti getötet Fuck, Mann, wir hatten's jetzt grad so gut Junge, wir hatten nur die Hauptfunk Wir hatten nur diesen Wir hatten sogar Wir hatten sogar Oh, Scheiße, wir hatten Zu fressen gehen können Einfach zu fressen produzieren können Feuer Shit Naja, auf jeden Fall, das war's mit Let's play, don't start together Let's play, das war's damit Das war's für heute, meine Damen und Herren Ja, das war's für heute Ciao, meine Freunde Bis zum nächsten Mal vor In diesem Spiel Yeah Tschüss 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 Tschüss